Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Multiplayer-Projekt sozusagen Battlefield 4 und wir starten los. So, wir nehmen einfach, nee, Schärfung, Oberung, nee, Squad Team Deathmatch würde ich sagen. Oder ich hätte einfach nur Team Deathmatch machen können, egal, aber mir ist halt so. So, mal schauen wie es läuft, bin gespannt und ja, ich habe ja Bock drauf auf das Let's Play, wird nicht allzu lang gehen natürlich, aber dann zeigen wir uns, los geht's. Okay. Wo sind wir hier? Nein! Okay, muss ich da erstmal einspielen. Okay. So. Was? Nein! Ich bin gerade mal respawn und dann de-respawn. Okay. Okay. Leu. Okay, können wir weiter machen. So, gehen wir hier hin. Ich habe ihn. Nice! Nein, und den nicht mehr. Shit! Aber trotzdem eigentlich ist ganz gut. Ich bin mit einem Kill. ich wusste nicht so da geht's lol ich wusste nicht, ja mann wusste schon dass irgendwas ist aber ich dachte es hat irgendwas mit dem Ding zu tun, egal, zwei Wohne, ganz normale stinknormale Claymore so, hier treten wir gerade mal wieder hab ihn das war eine Granate gehen wir hier hoch nein, ach come on ich hab ihn fast gehabt verdammt das war so knapp hier war ich nicht, ok weiß gar nicht wie man gucken kann, wie viel nein ach man, ich war ich wollte nur was gucken come on noch fünf von uns, dann war's das Jungs ok noch fünf Abschlüsse für den Feind, dann war's das für uns ach, Mist ich hab ihn fast gehabt man, sind die gut ok aber war immer eine gute Runde, natürlich nicht so toll wie ich mir erhofft hatte aber es war schon ganz ok mal gucken, verbindet, ok hier so, wieder Multiplayer so, wieder Multiplayer kleine Spiele und einfach Team Deathmatch los geht's hier schnappt es ja besser als beim Team Deathmatch vielleicht mal gucken mal gucken ich hoffe euch gefällt das Spiel und ihr habt auch Bock drauf auf Battlefield 4 und wir wollen mal gucken jetzt sind wir hier ok bisschen mal nach vorne rein hin 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 See jemand? Nee. Okay. Hab ihn, nice. Hab ihn. Verdammt, verdammt, verdammt. Nein, Mist. Aber da oben, okay. 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 Betreten. Weiter geht's. Ich wollte eigentlich spucken, wie viel Filz ich jetzt habe. Hier hoch. Hab ihn. Mist. Ich wusste nicht, dass hinter mir einer war. Aber okay. Was wir noch machen. So, beitreten. Ach man. Man. Da oben. Genau da oben war der. Mist. Aber es macht Bock, Leute. Es macht schon Bock. Nein. Mann. Das war's auch nicht. Nichts. Nehmt ihr das Medikind und dann kämpft weiter. Da war einer. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Okay. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Okay. Da ist keiner. Ich bin jetzt rumgefallen. Oh Mann. Da ist keiner. Okay. So. 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 No. No. Hm. Da ist einer, sie besitzt gar keinen. Man, den hättest du gerne gehabt, aber muss natürlich nachladen, war ja klar. Nein, Mann, 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 Mann. Wow. Da scheint zeitlicher Soldat zu sein. Öst nicht deiner Position. Okay. Ach, Mist. Ja, da hinten. Oh Mann. Ich dachte, da schritt es irgendwie hin, aber ne. Okay. Ich gehe ganz hoch. Oh Mann. Okay, Major. Ich gehe ganz hoch. wo könnte einer sein jetzt muss ich mich hier erstmal einspielen weil ich bin gerade hier sehr schlecht deswegen mal gucken, steuerung ein bisschen ungewohnt spielphysik ist gerade auch ein bisschen ungewohnt hab ihn hab ihn nein aber er hat mich mann ich war so gut gerade ich war so richtig gut ich hatte zwei Kissen ineinander geholt ey Mist 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 ja, wir waren nicht gut genug schade ups, weiß nicht ah, so geht das okay wir haben sieben Kills gemacht und sind achtmal gestorben eigentlich gar mal so schlecht da weiß ich wenigstens bescheid dass halt ähm ja dass ich einfach umdrücken muss damit es dann weiter geht okay also halt gucken kann wie es halt jetzt läuft und so mal gucken mal gucken ich fang dann meine nächste runde an aber auch die letzte runde dann für heute so es geht wieder los morgen dämmerer okay okay tja 45hz okay wir sind bereit so jetzt aber los geht's ich wir sind jetzt ist es das war ein krasser schuss gerade das war krass ja Oh Mist, ich dachte ich schreibe es irgendwie hin, aber Ne Das Spiel ist nicht einfach Leute, also finde ich Es war wieder cool so ein Schulter zu zocken, aber es ist schon schwer Für mich Kill zu machen Mit Oh Das schlisch nein so knapp alles macht immer noch Spock ich glaube ich gefällt das Projekt und mal gucken wie es so demnächst in Zukunft so läuft mal schauen wir haben schlecht ausgemacht ok 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 Was ist das? Nein, das war so knapp, ich hände fast gehabt, fast Henshin gehabt, Mist, ich dachte, wenn ich mich unten ein bisschen lege und dann läuft hier rum und dann blablabla, aber leider hat es nicht so geklappt, so wie ich es mir gedacht habe, verdammt, ja, nein, come on, nein, das war so knapp, ich weiß nicht, ah, okay, 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 ich dachte, ich schrieg ihn schneller, aber leider für mich ist er ein bisschen zu schnell, ja, come on, gibt es doch nicht, immer wieder dasselbe, So, ja, wir führen! Komm, Julio, wir können das schaffen! Komm schon, wo ist einer, wo ist einer, wo ist einer? Komm schon, ach man, ey, das gibt's doch nicht! Mist! Halbzeit, Jungs! Los, schnappen wir sie uns! Schnappen wir uns! Schnappen wir uns! Schnappen wir uns! Schnappen wir uns! Hm. Schnappen wir uns! Schnappen wir uns! Schnappen wir uns! Schnappen wir uns! Schnappen wir auf! Und schnappen wir uns! Da ist ein feindlicher Scharfschütze, nördlich deiner aktuellen Position. Ah shit, wieder von hinten. Oh man. Ich war nur davor doch so gut. Nein. Das waren drei Stück. LOL. Hart. Aber gut, was soll man machen? Ich bekomme schon einen Assist. Immerhin. Wir haben ekelhaft gewonnen. Ja. 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 Ja.